Beckenbauer als Rädelsführer, Berater, Kapitän. Die Bundesrepublik kommt ins Finale, spielt gegen die Niederlande. Das eigentlich bessere Team um deren Kapitän, Johann Kreuf. Wir hatten zum Beginn dieser WM die Frage, Kreuf oder Beckenbauer? Und logischerweise wollte Franz dieser Superstar mit aller Macht werden. Aber ich reklamiere noch beim Schiedsrichter, weil ich gemeint habe, das Foul war außerhalb. Aber einen Engländer zu überzeugen, ist schwierig. Und das war ein wirklicher Elfmeter. Ja, Paul Eiskalt, so wie wir ihn kennen. Und wir waren zurück im Spiel. Ja, super, Gerd Müller. In einer Art wie es sonst, glaube ich, in dieser Zeit keinen zweiten Tag. 16 Jahre später. Aus, das Spiel ist aus. Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1990. Auch da die Vorgeschichte, typisch Beckenbauer. Ein Jahr nach Beendigung seiner aktiven Karriere ist die Nationalmannschaft 1984 am Boden. Von allen Seiten kamen sie dann auf mich zu. Und so, ja, diese Lobhuteleien, du bist der Einzige und so weiter auch, der das machen kann. Ich habe dann immer meine Bedenken geäußert. Ich habe keinen Trainerschein und so weiter. Also lass mich bitte schön in Ruhe. Ich bin doch nicht blöd, hat er gesagt. Ich werde nicht Bundestrainer. Was ist ein wahrer Bundestrainer? Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben. Und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Wenn man dann so umworben wird, das ist ja dann oft so, auch mit einer Braut. Ja, wenn die so hofiert und umworben wird, dann irgendwann gibt sie sich hin. Und so war das bei mir auch. Der Franz hat ja immer wieder ein bisschen betteln gebraucht. Aber wenn er dazu gesagt hat, dann war das 1A. Es wird extra ein Titel geprägt für Beckenbauer, der des Teamchefs. Es geht nicht gleich bergauf. Der Kaiser muss sich neu erfinden. Am Anfang habe ich mir schwer getan. Ich habe die Spieler natürlich auch gequält teilweise mit einer Stunde oder eineinhalb Stunden Spielersitzungen, wo ich selbst als Spieler gehasst habe, habe ich also genau das getan, was ich als Spieler nicht mochte. Und ähnlich schlimm hat die Mannschaft dann auch gespielt. Sie ist zwar in Mexiko 1986 dann plötzlich Vizeweltmeister geworden, aber auch der Weg dorthin. Es war schlimmster Rumpelfußball. Nur er hatte Erfolg. Der DFB verleiht 1989 die Trainerlizenz ehrenhalber. Beckenbauer, der Gentleman am Ball, zeigt nicht zum letzten Mal seine Arbeiterqualitäten. Was für mich das Schlimmste gewesen wäre, wenn man mir irgendwas, eine Nachlässigkeit nachgesagt hätte, dass ich irgendwas übersehen hätte. Und deswegen habe ich mich akribisch auf den Gegner vorbereitet. Ich habe ein bisschen nach Mitternacht, habe ich Video studiert. Also bis zum geht nicht mehr. Ich wusste teilweise mehr über den Gegner als über die eigene Mannschaft. Und das war ich mir halt einfach schuldig. Die WM Bella Italia. Ein Triumphzug 1990. Tor mit links. Und dieser Hachschuss entfaltete neue kalten Bezüge. Auch wenn man sagt, was erzählt er denn da? Aber du hast es ihm geglaubt. Auch wenn es vielleicht nicht richtig war, aber du hast es ihm geglaubt. Er hat es mit so einer Überzeugung rübergebracht. Du hast ihm alles geglaubt. Ansonsten hat er uns ja auch vor dem Spiel stark geredet. Da war er so locker. Ich glaube, da hat er vielen Spielern den Stress genommen. Weil er gesagt hat, Jungs, wir haben so viel geschafft. Es hat uns keiner zugetraut, dass wir ins Finale kommen. 1 zu 0 gegen Argentinien. Bremer. Der Kaiser hat die Krone, die deutsche Mannschaft, den Pokal. Und wir hatten Spaß an diesem deutschen Ziel. Wenn man sechs Jahre lang den gleichen Job macht, dann ist irgendwann einmal die Zeit abgelaufen. Das habe ich zumindest so gefühlt. Und ich wollte halt einfach alleine sein und habe die Gelegenheit genutzt, den ganzen Trubel zu entgehen. Ich bin ausgewichen. Die Mannschaft hat sich auf den Weg gemacht, auf eine Ehrenrunde. Das war für mich die Gelegenheit, auf das Feld zu gehen. Ich bin halt dann so in mich Gedanken versunken. Vorher bin ich hingegangen, habe über alles Mögliche nachgedacht. Das ist sicherlich einer der ganz, ganz besonderen Augenblicke in seiner Karriere. Also da kann man dann schon irgendwie auch nicht übertrieben, aber ein bisschen stolz kann man sein. Das ist sicherlich. Das ist sicherlich. Das ist sicherlich. Bis zum nächsten Mal.